Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ein weiterer Baby-Countdown. Wir sind bei 36 plus 1, 2, 3, 4. 4, genau. Also schon fast 38. Woche. Es geht einfach so schnell morgen schon wieder Donnerstag. Und damit schon wieder fast Wochenwechsel für mich immer. Ja, heute ist Mittwoch. Wir haben heute einen Termin und zwar bei Zwergperken. Das ist ein Kindersitz, ein Kindersitzfachhandel. Genau, und da wollen wir uns intensiv beraten lassen. Zwecks einem neuen Reboarder und der Baby-Schale fürs Baby. Ja, mein Hase? Was mögst du? Mama. Mama, film. Siehst du? Mama. Wollen wir dich anziehen? Ja. Ja, ich habe hier schon Lias Outfit rausgelegt und eine neue Windel. Und dann ziehen wir die Kleinen jetzt mal an. Felix macht sich gerade Frühstück, Lia. Und ich habe schon gefrühstückt, weil ich schon ein bisschen länger wachsend. Wisch, wisch, wisch. Wisch, 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 wisch. Hier gibt Papa mal die Lappen, die kann er mal nass machen. Genau. Also heute sind wir dann bei Zwergperken. Und da nehmen wir euch ein bisschen mit. Mal gucken, wie das klappt mit dem Film. Und mit Lia und der Kindersitz ausprobieren. Und alles, genau. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie der Reboarder und der Baby-Schale so in real life aussehen. Ich habe die nämlich jetzt nur bei Instagram gesehen. Das ist nämlich das neue Next-System von Nuna. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendjemandem was sagt schon. Auf jeden Fall hat Nuna gerade was ganz Neues rausgebracht. Und zwar so ein Set, wo man insgesamt vier Teile auf ein und dieselbe Isofix-Base machen kann. Und darunter sind eben zwei Babyschalen, ein Reboarder und eine Babyschale für den Kinderwagen. Die man auch im Auto nutzen kann. Das ist so ein cooles System. Dankeschön, mein Schatz. Wollen wir jetzt die Pampi machen? Nein, ja. Okay. Gut. Das muss ich jetzt schnell nutzen, dass ich die Pampi machen darf. Das ist nämlich nicht so oft der Fall. Dann ziehen wir die Kleine an und dann geht es auch schon los. Na, Skou, was machst du da? Was machst du da? Jetzt hat die Kleine mal zusammengezogen und frisch gemacht. Und der Hund wälzt sich hier auf den Teppich. Auf unserem schönen neuen Teppich, ne, Lia? Der ist unser schöner neuer Teppich. So, mein Lieben, wir sind im Auto. Wie ihr seht, wir sind auch gleich schon da, noch zehn Minuten. Und dann schauen wir mal, wie das läuft und wie das aussieht. Ich bin total gespannt. Ich kenne den Laden an sich schon, weil ich damals da zur Schule gegangen bin und die damals direkt neben meiner Schule den Laden hatten. Jetzt sind sie umgezogen in einen neuen Laden. Ich bin sehr gespannt, wie der aussieht. Und ich wollte noch kurz was zu unserer Kindersitzgeschichte sozusagen erzählen. Also wir hatten damals hier bei Felix im Auto auch einen Reboarder, aber Lia wollte dann absolut gar nicht mehr rückwärts fahren. Und deswegen haben wir meinen Reboarder bei mir im Auto nach vorne gerichtet und hier bei Felix eben einen Erfangkörpersitz gekauft. Und jetzt sitzt Lia bei mir aber wieder rückwärts, weil ich es einfach nochmal wieder ausprobiert habe. Und es hat super geklappt und seitdem sitzt sie wieder rückwärts. Und jetzt wollten wir gerne auch für Felix' Auto wieder einen Reboarder haben. Und da wir sowieso gleich Bibi und weil wir sowieso auf der Suche nach einer Babyschale waren, haben wir dann dieses Nex-System entdeckt von Nuna, wo eben alles dabei ist. So, jetzt sind wir auch schon da. Schauen, jetzt müssen wir... Holst du Lia raus? Ich habe die Maske, aber voll vergessen. Maske nicht vergessen! So, schauen wir mal, wie die Laune von Lia ist. So, wir sind jetzt drinnen und jetzt haben wir hier einmal Gemübohne Isofix. Du hast das Ganze mal ausprobiert, ne Bibi? Dann darfst du gleich voresitzen. Ich gebe auch kurz mit Lia. Ja, gebe ich Lia. Hier macht ihr das Isofix raus. Ja. Reinklicken, dann schieben. Hier auch aufstellen, dass hier gründet. Sehr schön. Der ist jetzt noch rot, weil der sitzt noch nicht drauf. Ja, stimmt. Da musst du jetzt noch mal so sitzen drauf. So, Lia, guck mal. So fährst du dann. Oh. Genau, rausgenommen wird der, ihr habt hier diese Taste. Ach so, ja. Da kann man ihn dann einfach, also an beiden Seiten, ne? Du musst jetzt merken, dann hast du ihn da. Und da geht er so hier rein. So, er ist ja grundsätzlich ab Geburt zugelassen. Dafür gibt es ja aber viele schöne Babyschalen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen unpraktisch, das ab Geburt zu nehmen, weil du ja das nicht mit rausholen kannst, ne? Ja, das ist total doof. Deswegen machen wir lieber eine Babyschale. Und da hat ja Luna auch ganz viel Auswahl. Aber deswegen brauchen wir zum Beispiel, also ihr braucht jetzt auf gar keinen Fall mehr diesen Neugebordeneinsatz. Der ist nämlich hier so eingehängt. Und dann hat Luna das auch total clever gelöst, weil diese Haken hier. Ah, da kann man immer verstecken. Da rein. Das sind so kleine Sachen, wo man... Das ist so, ja, das ist so richtig gut. Genau. Und wir sind super viele Babyschalen und unser Kinderwagen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause, wie ihr seht. Und es ist auch schon der nächste Tag. Ja, Lia war gestern leider nicht mehr so gut drauf. Nein, danke, Mama möchte ich gerade nicht, Schatz. Und lässt nicht lockern. Nein, Mama möchte nicht. Mama muss einmal hier was erzählen, Tatsi. Genau, Lia war gestern Abend nicht mehr so gut drauf. Und wir waren dann froh, dass sie dann geschlafen hat. Und dann war Feierabend für uns. Dann haben wir noch Blacklist geschaut. Und dann, ja, war Feierabend. Deswegen wollte ich euch heute jetzt noch ein bisschen was zum gestrigen Tag berichten. Das ist übrigens keine Werbung für Zwergperten. Das möchte ich einmal nochmal sagen. Ich mache das hier total freiwillig. Einfach, weil ich auf das Thema aufmerksam machen möchte. Und ich habe gestern bei Instagram auch ein Bild hochgeladen. Und es kam so viel positives Feedback von euch. Und das war, ja, mega. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und viele waren sehr, sehr froh, dass ich mal darüber berichtet habe. Viele haben jetzt auch eine Beratung bei Zwergperten gebucht. Einfach, weil sie so gar nichts von dem Thema wussten. Und ich finde, das ist so, so wichtig. Und erst recht so Babyfachmärkte wie Baby One oder ähnliches machen da einfach vieles kaputt. Ich möchte da nicht jetzt alle unter einen Kamm scheren. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber es wird einfach gesagt und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass bei Baby One eben nur das verkauft wird, was verkauft werden soll. Und das sind selten Reboarder für Kinder, die halt eigentlich schon vorwärts sitzen können, nicht sollten. So, jetzt möchte ich aber wirklich mit euch einmal über Zwergperten reden. Genau, also Zwergperten gibt es in ganz Deutschland und in ganz Österreich. Das ist ein, ja, ein Kindersitzfachhandel, wo ihr wirklich richtig toll beraten werdet. Und ihr könnt euch da komplett kostenlos beraten lassen. Also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Die Kindersitze sind genauso teuer wie in einem anderen Babymarkt. Also ihr habt davon eigentlich wirklich nur Vorteile. So, und jetzt wollte ich einmal noch, ähm, einfach so allgemein über das Thema Kindersitze reden. Also anfangen tun wir mal bei den kleinen Babys. So, wenn ein Baby geboren wird, so wie bei uns, ähm, dann weiß man ja, so zur Erstausstattung gehört eine Babyschale. Natürlich. Aber, die, bei Kindersitzen ist es so, der Kindersitze muss zum Kind passen und der muss zum Auto passen. Das heißt, es passt nicht jede Babyschale zu deinem Kind und es passt auch nicht jede Babyschale zu deinem Auto. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bei vielen Autos zum Beispiel ist die Rückbank einfach ein bisschen steiler als bei anderen. Oder, ja, da gibt es einfach so viele Faktoren. Und deswegen bei einer Kindersitzberatung auch immer das Kind und das richtige Auto mitbringen. Also wirklich das Auto, wofür der Kindersitz dann sein soll. Und dann vor Ort wird jeder Kindersitz ausprobiert mit dem Kind und im Auto eingebaut. Und geguckt, okay, passt das so oder passt es nicht. So, das wird zum Beispiel bei Baby One gar nicht jetzt angeboten. Genau, also fangen wir an bei der Babyschale. Das Baby muss natürlich aus dem Krankenhaus nach Hause transportiert werden. Das heißt, man braucht eine Babyschale. So. Und das Baby kann man natürlich vorher nicht irgendwie testen mit der Babyschale. Deswegen wird meistens eine Babyschale gekauft. So. Zwergperten bietet aber an und viele andere Händler auch, dass man die Babyschale ausleihen kann. Das heißt, man sucht sich eine aus in der Schwangerschaft, die zum Auto passt und die eventuell zum Kind passen könnte. Die leiten man sich dann aus. Und wenn das Kind da ist, fährt man mit der Babyschale nochmal zu Zwergperten. Oder manchmal geht es auch über Video oder Bilder oder sowas. Aber am besten wäre es, wenn man einmal hinfährt. Dann wird einmal geschaut, sitzt das Kind gut drinne und passt die Babyschale mit dem Kind so ins Auto. Sollte das passen, ist alles gut, dann könnt ihr die Babyschale kaufen. Passt es nicht, wird direkt eine passende für euch gefunden. Und die könnt ihr dann kaufen. Damit wirklich alles passt. Bei Babys zum Beispiel ist es ganz, ganz wichtig, dass sie die ersten drei Monate wirklich sehr, sehr gut in der Babyschale sitzen, weil sie einfach ihre Nackenmuskulatur noch gar nicht, ja, sie ist noch gar nicht vorhanden. Und die meisten Babyschale sitzen dann so in der Babyschale und sie bekommen keine Luft. Und das ist super, super schwierig bei den Kleinen. Genau, das sind einfach so Faktoren, da muss man eben gucken dann, wie das Kind in der Schale sitzt und ob es eben richtig schön Luft bekommt und richtig schön gerade liegt. Wenn das Kind da so zusammengefallen drin liegt, dann ist es einfach nicht das Richtige. Genau, also falls ihr da auf der Suche nach einer Babyschale seid, könnt ihr gerne einmal bei Zwergperten vorbeischauen und euch da beraten lassen, dieser komplett kostenlos und sowas. Dann nach der Babyschale geht es weiter mit einem Reboarder. Viele denken, oh, ich muss die jetzt ganz schnell wechseln, weil mein Kind ist schon viel zu groß für die Babyschale. Tatsächlich gehen die meisten Babyschalen bis über den ersten Geburtstag hinaus und man hat da gar nicht so einen Stress. Das heißt, wenn euer Kind so langsam die Anzeichen macht, dass die Babyschale zu klein ist, macht einen Termin bei Zwergperten, nimmt das Kind mit, nimmt das Auto mit und dann findet ihr den perfekten Kindersitz für euch. So, viele denken jetzt, einfach weil es auch tausende Kindersitze gibt, die nach vorne gerichtet sind, dass das Kind nach der Babyschale nach vorne gerichtet sitzen soll. Das ist falsch. Denn bei einem frontalen Aufprall, wie es nun mal das meiste ist, also am meisten hat man Frontalaufprallunfälle, nämlich 70% von allen Unfällen sind frontal und dabei kann dein Kind einfach unglaubliche Schäden davon tragen, weil es einfach so nach vorne geschleudert wird und die komplette Nackenmuskulatur, das schafft das Kind einfach noch nicht mit einem Jahr und ja, deswegen immer rückwärts fahren. Am besten bis vier Jahre, wenn es geht. Natürlich machen nicht alle Kinder da mit. Und natürlich sind einige Kinder auch größer und passen dann nicht mehr in die Rewarder, wobei es auch Rewarder gibt bis 25 Kilo. Also es gibt schon Rewarder, wo Kinder mit 8 Jahren reinpassen. Also auch da gibt es die Möglichkeit, aber man sagt ungefähr so bis vier Jahre sollten Kinder auf jeden Fall rückwärts fahren. Und also beim Folgesitz nach der Babyschale auf jeden Fall zu einem Rewarder greifen. Und auch da wird der passende für euch gefunden und für das Kind. Da gibt es so viele Modelle und so viele Möglichkeiten, verschiedene Funktionen, auch dass man den drehen kann zum Einsteigen, weil viele immer sagen, ah, wie soll ich das Kind denn da reinhiefen und sowas. Die kann man drehen und viele haben auch Bedenken wegen der Beinfreiheit und da möchte ich auch nochmal was zu sagen. Und zwar ist es meistens so, oder ist es so, dass die Kinder, wenn sie nach vorne gerichtet sitzen und die Beine hängen so runter, dass sie dann Hüftprobleme bekommen, weil die Beine so gerade nach unten hängen. Wir zum Beispiel sitzen ja auf dem Barhocker auch nicht mit baumelnden Beinen. Wir haben auch immer so ein kleines Standbrettchen sozusagen dabei, weil es einfach super unangenehm ist, so die Beine so baumeln zu haben. Ich glaube, das kennt einige Erwachsene. Und tatsächlich gibt es ja diese Anhock-Spreithaltung beim Tragen. Die kennt man ja. Und genau das Gleiche ist es eben beim Reboarder. Dass die Kinder eben so angehockt sitzen da, das stört die Kinder auf gar keinen Fall. Also meine ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und sie hat noch nie über ihre Beine geklagt. Und es gibt, bei Zwergperten gab es auch noch kein Kind, was sich über die Beinfreiheit beschwert hat. Eben weil es super gemütlich ist, so angehockt zu sitzen. Nur wir als Erwachsene denken halt, höh, das ist doch bestimmt total unbequem. Aber tatsächlich ist es viel, viel besser, als nach vorne gerichtet die Beine so baumeln zu haben. Deswegen fangen Kinder übrigens auch an, gegen den Rücksitz zu treten. Einfach weil das ein super unangenehmes Gefühl ist. Und das sogar dazu führen können, dass die Beine einschlafen vom Kind. Und ich glaube, das kennen wir alle. Das ist mega unangenehm. Genau. Ja, das sind also so ein paar Sachen zum Thema Reboarder. Warum, warum nicht? Ganz klarer Punkt, einfach die Sicherheit. Nach dem Reboarder gibt es ja auch noch Folgesitze, wenn die Kinder einfach wirklich groß sind. So zehn Jahre alt. Und da hat Zwergperten einen Führerschein. Zwar einen Zwergenführerschein. Den können die Kinder dort vor Ort machen. Denn wenn die Kinder anfangen, in diesen großen Sitzen zu sitzen, wo sie dann wirklich mit dem Erwachsenenanschnaller angeschnallt sind, dann können die Kinder ja auch sich leicht befreien. Den Anschnaller einfach wegmachen und sowas. Sich abschneiden eventuell. Und dafür hat Zwergperten diesen Führerschein entwickelt. Da müssen die Kinder einmal hier Fragen beantworten. Und dann bekommen sie eben den Führerschein mit dem Foto und alles. Also eine mega schöne Idee, damit die Kinder halt so ein bisschen wissen, okay, ich darf nicht rumzappeln, ich muss ruhig sitzen, ich darf mich nicht abschneiden. Und all sowas. Also auch das finde ich richtig toll. Da wird also wirklich auch viel auf die Kinder eingegangen. So und jetzt wollte ich noch kurz auf das Thema Fangkörpersitz eingehen. Ich versuche euch da mal ein Video unten in der Infobox zu verlinken. Denn das hat mich selber schockiert. Und wir selber sind ja sogar Besitzer von einem Fangkörpersitz. Und nachdem ich das Video gesehen habe, habe ich gesagt, okay, da sitzt meine kleine Maus nicht mehr drin. Genau. Ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Das Problem ist bei den Fangkörpersitzen, dass die Kinder einfach an den Schultern nicht fest sind. Das heißt, bei einem Frontaufprall oder einem Auffahrunfall geht der Popo vom Auto nach oben. Und das heißt, euer Kind wird aus dem Sitz oben raus geschleudert und ist nicht fest, weil es eben an den Schultern überhaupt nicht fest ist. Und dann ist das weitere Problem bei den Fangkörpersitzen, dass es selten ein Kind gibt, was da wirklich richtig gut reinpasst. Weil Lia zum Beispiel ist viel zu schmal für einen Fangkörpersitz. Sie hat viel zu viel Freiraum und beim Unfall würde sie einfach so rausschleudern. Also, ja, da findet man wirklich selten einen guten Fangkörpersitz für das eigene Kind, weil es passt einfach selten. Genau, wir haben jetzt für Lia auch wieder einen Reboarder. Felix hatte ja im Auto jetzt den Fangkörpersitz. Den hatten wir nach dem damaligen Reboarder besorgt, weil Lia eben nicht mehr rückwärts fahren wollte. Und wir dann dachten, okay, denn als Zweitsitz, weil wir nicht so oft mit dem Auto unterwegs sind, holen wir dann so einen Fangkörpersitz. Der war auch nicht allzu teuer. Und da wurden wir eben so beraten, dass der perfekt ist für Lia. Und, ja, gestern dann bei Zweckbärten wurden wir ganz komisch angeschaut, als wir den Sitz gezeigt haben. Also, das war wirklich alles andere als optimal für unsere kleine Maus. Jetzt hat Lia einen richtig tollen Reboarder. Den habt ihr ja gesehen im Vlog. Und für das Baby haben wir eine richtig tolle Babyschale. Natürlich fahren wir, wenn das Baby da ist, nochmal zu Zweckbärten und lassen uns alles nochmal kontrollieren, ob das Baby gut darin sitzt. Das Gute an unserer Babyschale ist, dass sie eine Liegefunktion hat, die man auch im Auto nutzen kann. Das heißt, das Kind hat immer genug Freiheit und kann immer gut atmen, eben weil es komplett gerade liegt. Genau, aber trotzdem wird halt die Babyschale nachher nochmal mit dem Baby kontrolliert, ob das auch passt mit den ganzen Polstern da drin und sowas. Und ob es auch zum Auto passt, weil bei mir zum Beispiel ist das Problem, ich habe ein Audi A4, dass hinten die Rückbank, die ist so richtig abschüssig. Also, wenn man sich selber als Erwachsener reinsetzt, dann rutscht der Popo so richtig nach hinten und man sitzt so ein bisschen abschüssig. Und das ist das Problem, dass die Kinder dann in den Sitzen viel zu aufrecht sitzen, weil, ja, die Isofix dann so ist. Und der Kindersitz halt eben dann, ja, viel zu aufrecht. Und das sind eben so Dinge, da muss man einfach drauf achten. Und da müssen wir halt auch nochmal schauen mit unserer Babyschale, ob das überhaupt in meinem Auto richtig gut passt. Wir hatten jetzt gestern nur den Q3 von meinem Freund dabei, aber wir testen das auf jeden Fall noch. Und zusätzlich haben wir aber auch noch einmal eine Babywanne, die man auf den Kinderwagen machen kann. Und die kann man auch im Auto nutzen. Das ist mega cool für lange Reisen. Also, es ist mega praktisch. Dann kann das Kind da schön die ganze Zeit gerade liegen, ist angeschnallt. Und es kann nichts passieren. Das Ganze wird auch mit Isofix befestigt. Also, ich bin mega begeistert von dem Set. Und, äh, genau. Jetzt wollte ich euch gar nicht so viel vollquatschen. Habe ich schon, aber wollte ich gar nicht. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zum Thema Kindersitz und Kindersitzberatung vor allem erzählen. Nehmt euch einfach die Zeit. Macht einen Termin bei Zwerg Pärten oder fahrt einfach hin. Und dann, ähm, ja. Nehmt Kind, nehmt Auto mit. Und dann werdet ihr auf jeden Fall toll beraten. Und, ähm, ja. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich verlinke euch Zwerg Pärten einmal unten in der Infobox. Eventuell finde ich auch noch mal eine Liste, wo ihr so alle Standorte findet. Das wäre ja auch, glaube ich, ganz gut. Für alle, die so, ja, nicht wissen, wo der nächste, wo die nächste Filiale ist. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Aber wie gesagt, eigentlich sind die überall vertreten. Selbst hier bei uns auf dem Dorf sind die vertreten. Also, da findet man eigentlich immer die passende Anlaufstelle. Die haben auch weitere Sachen, die Kinderwagen und sowas. Und natürlich auch richtig viel Zubehör. Genau, wir haben zum Beispiel auch so, ähm, zwei Schonbezüge für unsere Autositze. Weil, zum Beispiel bei Leder, irgendwann gibt es Abdrücke von den Kindersitzen. Und deswegen gibt es extra so Schonbezüge. Die Kinder sind ja dann im Rewarder mit den Füßen am Sitz. Und damit man die Schuhe anlassen kann, wobei man sie meistens ausziehen sollte, weil sonst kann das drücken. Ähm, gibt es auch noch mal so einen Schutz, damit die die Sitze eben nicht so dreckig machen. Genau. So, jetzt habe ich euch wirklich genug Folgequatsch. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung so zu Kindersitzen ist und sowas. Wie gesagt, das Feedback auf Instagram gestern war mega. Und vor allem hätte ich das niemals gedacht, dass da so viele schreiben und dass da auch so viele keine Ahnung hatten. Genau, also, ja. Ich hoffe, ich konnte dann ein bisschen aufklären. Habe jetzt nicht nur dummes Zeug gelabert. Also, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren Eltern und wir haben gestern so viele, unglaublich viele Sachen gelernt. Und vieles war einfach so, ja, wir hatten ein Problem mit Lia zum Beispiel, dass sie mit dem Kopf beim Schlafen immer nach vorne gefallen ist im Reborder. Und das ist natürlich mega unbequem. Und das Problem ist mein Auto, weil der Reborder in meinem Auto passt einfach nicht zu meinem Auto. Dafür ist meine Rückbank zu steil und der Sitz hat einfach nicht die passende Ruhrposition, die mein Auto braucht. Und das sind einfach alles so Dinge, wo ich dachte, oh Gott, das liegt an meinem Kind und es liegt eigentlich einfach nur am Auto, beziehungsweise dem falschen Sitz. Ja. Genau. So. Und jetzt habe ich euch wirklich voll gequatscht hier. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal und dann. Tschüssi.